Die Kampagne Afrika on Eye Level, Ihre Bewerbung hat uns wirklich sehr gut gefallen. Kinshasa Collection, Mode als Aufhänger, das gefällt uns sehr gut. Und das im Kongo, im Herzen der Finsternis, das ist was Neues, prima. Aber wir würden uns von Ihnen sehr gerne einen Trailer wünschen. Fünf Minuten reicht völlig. Wer soll die Kosten für den Trailer tragen? Das würde heißen, wir müssen eigentlich sofort nach Kinshasa los. Sie müssen nicht, aber wenn Sie weiter im Rennen bleiben wollen. Wir haben es geschafft! Janna, wir sind da, endlich. Das ist Chopper, unser Line-Producer. Ja, ich bin Chopper, ich bin der Line-Producer des Projekts. Und ich bin auch der Fixer. Es ist mit mir, dass Sie das ganze Zeit in Kinshasa passen. Ja, sie schreit immer. Da Leute, Pascal! So, los geht's! Oh, bei denen geht das auch nicht hin. Ja, Chopper, wir müssen aufpassen. Was haben Sie aufpassen? Was die Mutter nicht behebte? Du weißt. Ja, ich bin. Also, ihr werdet den zweiten Reifen. Ja, das ist das. Das ist das. Das ist das, was ihr versucht. Ja, komm, komm, komm! Ja, komm! Das war die Batterie. Oh! Wow! Ja, ja. Das ist gut. Wie ist das Land hier? Hier ist Masina. Das ist nicht weit von Djili. Wir nennen es das Chine Populaire. Es gibt viele Menschen und die Bevölkerung hier. Chine, wie der Chine? Ja, wie die Chine. Weil es viele Menschen gibt. Das ist lustig. Das ist ein Fuss. Schau mal, er sieht schon aus wie ein sapeur. Das habe ich schon gefilmt. Super. Schau mal, ist er ein sapeur oder nicht? Nein, nein. Er ist nur jemand, der sich aufzunehmen. Das ist ein sapeur. Das ist ein sapeur. Ich sage nicht, dass es exagere oder extrapult wird. Aber du wirst es. Wenn du siehst, du wirst, du wirst, du wirst. Das ist ein sapeur. Das macht uns ein bisschen Geld. Das hilft, das hilft, das zu finanzieren. Und was ihr produziert? Fiction? Documentation? Ja, Fiction, Documentation. Films von Institutionen. Oder ONG. Wir machen viele Films überall im Kongo. Das ist ein sapeur. Es ist ein sapeur. Das muss man sehen. Ja. Was ist das da? Das ist die Anfänger. Das ist die Anfänger. Das ist nicht die TV-Ausgabe? Nein, nein. Die Anfänger ist wie unsere Tour Eiffel. Und da ist die Statue der Lumumba. Das ist da. Das wünscht euch die Wille. Mein Herrscher. Das ist hier. Das ist hier. A, B, A. Akademie des Beaux-Arts. Ja. Das ist nur für Kontrollen, dass es nicht vieles gibt. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Hallo, Frau. Hallo. 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 Vos chambres sind hier. Okay. Mhm. Das sieht gemütlich aus, oder? Ja. Lasst mich mal sehen. Alles voll okay, die Budi. Darf mal abgesehen, das ist doch super, oder? Also das hat schon mal geklappt dafür, dass wir das echt billig gekriegt haben durch Chopa. Das hat er wirklich gut gemacht. Ich fand es eigentlich nicht in Ordnung, dass er uns hier einfach abstellt. Pascal, der hat doch gesagt, der wollte das heute Abend regeln. Das weißt du doch, das ist doch immer so. Das muss kurzfristig, wenn das wirklich so wilde Typen sind, wie er sagt, macht dir doch nicht immer so Sorgen. Ich finde, wir gehen jetzt ein Bier trinken, freuen uns, dass wir gut gelandet sind in Kinshasa und alles wird gut. Oder Jana? Was meint ihr mit Kameramäßig? Eine Kamera gleich rausholen, das meine ich, so wie weißt du, ohne Fixer, so wie so gleich so rausgehen. Aber... Nee, heute Abend lassen wir vielleicht lieber die Kamera hier. Was macht Dorothee? Naja, ich bin wieder meine kleine Farm in Afrika. Was heißt das? Das kennst du nicht? Nee. Das schenke ich dir dann zum Geburtstag. Aha. Schöne Verfilmung, nie mehr gern gesehen, wenn man an Afrika denkt. Da vorne, Jana, da sind hunderte von Kranichen. Wirklich? Ganz, ganz toll. Also falls wir es nicht zu den Bonobos schaffen. Haben wir es immerhin in die Akademie der Künste durchlaufen. Das wird mein nächstes Ziel. Guck mal hier. Wann kommt Chopra? Um halb zehn, ne? Oder hat der sich nochmal gemeldet? Nee, der kommt um halb zehn da zumindest, ist das, was er gesagt hat. Das werden wir alles brauchen an Motive. Also was haltet ihr zum Beispiel als Vorschlag von dieser Wand da hinten, wenn man die cool anleuchtet? Der Wand hinter mir. Nö. Aha. Bellblech. Ganz und gar nicht. Für mich ist das echt wieder mal Afrika und Slum. Genau. Finde ich nicht. Ne. Chopra, can you have a look at the lens? Does it look clear? Yes. Ja? Okay. Thank you. Thank you. Vielen Dank. Und das ist der Büro. Hallo. Hallo. Tupa, Sie sagten, wir gehen zu einem Kulturzentrum. Das ist ein Shop. Nein, das ist der Büro. Lova, Lova! Hallo, Lova, Lova. Sie sind auch Sapeur, das stimmt? Ja, ich bin Sapeur. Aber das ist nicht Ihr Tenue. Nein, das ist nicht mein Tenue. Das ist der Piseu. Das ist der Piseu. Ah, okay, okay. D'accord. Kann man sehen, das Raum? Hallo. Ich bin schon bei Jean-Paul. Es ist zu viel Geld. Hallo. 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 Hier können wir das nicht machen. Das weiß ich überhaupt nicht. Nein, nein. Umgehalten, okay. Also? Ah, es gibt ein Veränderungen. Das ist ein Veränderungen. Das ist ein Veränderungen. Ich habe mir eine Fotos. Das war diese Salle. Aber sie sind in der Veränderung. Aber das hat er nicht gesagt. Ich bin désolé. Wir sind 4, aber es gibt einen, der Tony Sosa. Das war er. Ich bin ein Geist com und mir und Tony Sosa. Tony Sosa ist ein Veränderungen. Er hat sich in der Veränderung immer wieder. Für ihn ist alles eine Die Veränderung. Wir prä腳dьeren er noch was. Er hat die Veränderungser. Für ihn städte, er hat die Veränderung durch. Die Veränderung ist ein Veränderungen. Er hat von ihm sein. Er hat ihn direkt zurückgebracht. Das ist ja fantastisch, Baustelle und einer ist im Knast. On va travailler avec la situation qu'on a trouvé, on va improviser, on commence ici dans le cours et tout va bien. D'accord? Super. Yana, wir können uns jetzt wirklich fertig machen, deine Szene zu insignieren und eine Kameraposition zu finden. Ja, ich will das Licht in dir. Ja, ok, alles klar. Das ist Papa Wimba. Ja, ja. Hallo? Nein. Aber es funktioniert. Ihr alle kommt neben der Kameras. Ist das alles? Ja, ich gehe. Pascal, bist du bereit? Ich gehe. Ok. Voilà. Loves du? Ja. Ok. Et action. Attends. Action! 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 Ok. 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 Jetzt warte, ne? Jetzt. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020